Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu meiner Weihnachts-DIY-Serie und zu meinem zweiten Video aus dieser Serie. In diesem Video zeige ich euch mein einfachstes DIY-Geschenk, das man auch super als Last-Minute-Geschenk umsetzen kann. Was ich in diesem Video verwendet habe, verlinke ich euch einmal als Affiliate-Link unten in der Infobox. In diesem Video stellen wir Speiseöle her und zwar einmal ein Trüffelöl, ein Rosmarin, Knoblauchöl und ein Chiliöl und das jeweils in zwei verschiedenen Varianten. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefällt und schreibt mir mal in die Kommentare, welche DIY-Geschenk-Videos euch noch interessieren würden. Ohne weitere Vorrede geht es jetzt los mit dem Video. So gut wie alles, was ich in dem Video verwendet habe, findet ihr auch im normalen Supermarkt. Die Trüffel sind vielleicht etwas schwerer zu finden, die kann man auch online bestellen. Das verlinke ich euch einmal unten in der Infobox. Und ich habe mich hier für zwei Varianten entschieden, jeweils einmal für Olivenöl und einmal für Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl an sich hat kaum einen Eigengeschmack und eignet sich deshalb sehr gut, um die eigenen Geschmäcker wie Trüffel, Chili, Knoblauch und Rosmarin rauszubringen. Und das Olivenöl gibt im Ganzen seinen eigenen Geschmack nochmal mit und eignet sich zum Beispiel ganz gut für italienische Gerichte. Dafür benutze ich zumindest das Rosmarin-Knoblauch-Olivenöl und das Trüffel-Olivenöl sehr gerne. Die Flaschen, die ich verwendet habe, habe ich online bestellt. Die verlinke ich euch einmal unten. Die kommen mit so einem kleinen Label und einem Stift. Und da ist es ganz wichtig, die vorher zu desinfizieren. Ich mache das im Ofen und ich zeige euch im nächsten Video, wo es um Likör geht, auch mal genau wie das funktioniert. Als erstes zeige ich euch das Rosmarin-Knoblauchöl. Ich habe dafür Rosmarin aus meinem eigenen in Anführungszeichen Garten, also von meiner Terrasse geerntet. Ihr könnt das aber auch einfach im Supermarkt kaufen und ihr könnt frischen oder getrockneten Rosmarin dafür verwenden. Es funktioniert beides. In dem Fall habe ich einen Teil des Rosmarins klein geschnitten. Je mehr Oberfläche ihr durch das Schneiden erzeugt, desto mehr kann der Rosmarin seine Aromen abgeben. Damit es aber auch nett aussieht, habe ich noch ein paar Zweige ganz gelassen. Das seht ihr gleich. Das hat einen besonders schönen Effekt im Öl. Und den Knoblauch habe ich zum einen geschält, aber zum anderen auch halbiert, um auch hier die Oberfläche, die die Aromen abgeben kann, ans Öl zu vergrößern. Anschließend könnt ihr dann Rosmarin und Knoblauch als erstes in die desinfizierte Flasche geben und dann das Öl darüber geben. Ich habe dafür einen Trichter verwendet, den ich auch vorher mit Hitze desinfiziert habe, damit das Öl so frisch wie möglich ist. Und ich habe hier erst das Sonnenblumenöl abgefüllt und anschließend das Olivenöl. Und ihr könnt am Ende auch sehen, dass ihr die eindeutig farblich voneinander unterscheiden könnt. Musik Als nächstes zeige ich euch das Trüffelöl. Hierfür habe ich pro Flasche eine ganze Trüffel genommen. Wenn ihr Trüffelöl sonst im Laden kauft, seht ihr, dass da meistens nur ein ganz kleines Stück unten drin rumschwimmt. Ich habe einfach die Hoffnung, dass es dadurch etwas intensiver schmeckt, weil ich Trüffelöl sehr gerne esse. Und hier habe ich darauf geachtet, dass ich die Trüffel auf sehr, sehr dünne Scheiben schneide, damit sie so viel Aroma abgeben kann wie möglich. Auch hier kommen erst die Trüffel ins Glas und dann das jeweilige Öl obendrauf. Und ganz wichtig ist auch, ihr könnt das als Last-Minute-Geschenk verschenken. Das Ganze muss aber ungefähr drei Wochen ziehen, damit sich die Geschmäcker optimal verteilen. Optimaler sind vielleicht sogar vier oder fünf Wochen. Das heißt, wenn ihr das einen Tag vor Weihnachten macht, einfach dem Beschenkten sagen, wie lange es noch stehen muss. Als letztes habe ich Chiliöl gemacht. Wenig überraschend wird das nach dem exakt gleichen Prinzip gemacht. Auch hier habe ich wieder ein paar Schoten geschnitten, damit sie den Geschmack und die Schärfe abgeben und ein paar ganz gelassen allein für die Optik. Da Chili am wenigsten geschmacksintensiv ist, macht es hier vielleicht sogar Sinn, das mit Knoblauch zu kombinieren. Und weil das Olivenöl einen Eigengeschmack hat, fand ich hier tatsächlich die Kombination mit Olivenöl am besten. Ich habe die Flaschen dann noch beschriftet mit einem Stift, der auf Glas schreibt. Den verlinke ich euch gerne mal unten. Und das habe ich hauptsächlich deshalb gemacht, damit man das Olivenöl und das Sonnenblumenöl auch unabhängig voneinander noch unterscheiden kann. Und ich habe kleine Geschenkanhänger dran gemacht, einfach um das Ganze noch etwas mehr nach Geschenk aussehen zu lassen. Mit dem Stift, mit dem man auf Glas schreiben kann, kann man natürlich auch malen. Und ich habe zum Beispiel kleine Schneeflocken auf die Flaschen gemalt. Außerdem kamen mit den Flaschen auch noch so kleine Etiketten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Flaschen zu beschriften. Das habe ich für eine Flasche dann auch gemacht. Und somit ist das schnellste DIY-Geschenk auch schon fertig. Falls euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben gebt. Ich verlinke euch ein weiteres Video aus dieser Playlist am Ende. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, abonniert am besten meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.